Für uns war das Campus Event letztes Jahr der Startschuss für eine ganze Reihe von Events, der Startschuss für eine neue Zusammenarbeit und der Startschuss für ein ganz neues Gefühl, das Makrogefühl. Wir sind froh, dass der Campus Köln uns dabei unterstützt, unseren Traum zu leben, dass wir die Möglichkeit haben, Projekte umzusetzen, bei denen nicht nur wir im Vordergrund stehen, sondern bei denen wir jeden Studenten und auch die Schüler der Akademie an die Hand nehmen können. Die Dimension und der Gedanke eigentlich dahinter wird erst richtig groß, wenn man alles, was es hier an Angeboten gibt, einfach verbindet. Und das ist eigentlich das Ziel daran. Ob es die Fachschaft ist, mit der wir unglaublich eng zusammenarbeiten, oder ob es das Makrofon oder andere Projekte wie Good Morning Cologne sind, jeder kann von jedem hier profitieren. Es gibt unfassbar viele Studenten am Campus, die wirklich großartige Dinge auf die Beine stellen. Und dass wir ein Teil von diesen Menschen sind, das ist für uns was ganz Großes und was ganz Besonderes. Und wir sind stolz drauf. Also ich bin hier angekommen und habe mich aufgenommen gefühlt. Und ich habe vom ersten Tag an ein ganz komisches Gefühl gehabt, dass ich mit einem Schritt ganz, ganz viel weiter an das Ziel ranrücke, obwohl man das eigentlich noch gar nicht erkennen konnte. Ich denke, wir können mit diesem Event und dieser Eventreihe etwas wirklich Großes und etwas Bleibendes schaffen. Und ich kann mit Stolz zurückblicken, wenn ich weiß, dass einige der Studenten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, das so weiterführen können. Die Makromedia ist einfach mehr als ein Ort zum Studieren. Es ist ein Ort, um seine kreativen Ideen auszuleben. Ein Ort, an dem wir zusammen Großes schaffen können. Und hierfür öffnen wir nicht nur den Vorhang, sondern auch die Bühne. Bühne frei ist das Stichwort für unser großes Event am 29. Mai. Wir wollen allen Studenten der Makromedia, egal an welchem Campus, die Möglichkeit geben, auf der Bühne oder halt hinter den Kulissen das auszuleben, was man richtig gut kann. Vielen Dank.